Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus, hier begrüßt euch zu einem kleinen Infovideo zum Eurotrack Simulator 2 und ihr seht schon den DAF Euro 6 XF im Vordergrund und das ist auch das Thema, weil das nächste Update 1.14 wird dieses Fahrzeug integriert haben und darauf freuen wir uns natürlich, weil das ist hier noch ein Mod, ihr seht schon, man kann durch die ganzen Lücken hier durchgucken und im Inneren sieht er noch ziemlich alt aus, deswegen haben sie jetzt angekündigt, wenn das Update final ist, kommt der DAF Euro 6 XF endlich raus des weiteren haben sie noch einen weiteren Mitarbeiter angekündigt und zwar 50 Caker oder so ähnlich nennt er sich das ist ein ganz bekannter aus der Modding Community und da hat sich der Hersteller gedacht, gut den könnten wir für unser Team gebrauchen und stellen denjenigen mal vor und das finde ich eine schöne Sache, das Team hat sich ja mittlerweile sehr sehr groß vergrößert und zwar ganz einfach, weil dieses Spiel so gute Community Leute, also euch hat und viele die Videos auch angucken und wir sind natürlich auch diejenigen, die die Videos machen und das Spiel weiter voranbringen, auch Steam ja mit den ganzen Aktionen So, das wollte ich nur mal kurz erwähnen und ganz einfach das Update, ja, um irgendwelche News nicht zu verpassen Ihr geht einfach mal auf euer Profil und dann seht ihr hier zum Beispiel die News von DLCs etc und hier seht ihr schon, da läuft es super immer so rum Da seht ihr, ja, das nächste, hier ist dieses Truckwood, ähm, da gibt es neue Aufkleber und Banner etc Hier so eine Kiki-Fax und dann geht ihr einfach mal hier rauf, Browser öffnen Und dann seht ihr hier die Meldung, dass sie sich freuen, den neuen, ähm, DAF vorzustellen und das ist derjenige, ich weiß gar nicht welcher, rechts oder links Äh, könnt ihr euch aussuchen, wer das nochmal ist Und ja, das sind dann halt immer die News Die solltet ihr euch denn, wenn ihr Interesse habt, ab und zu mal reindödeln Am 2. kam das schon, aber naja, seht ihr schon, wie lange ich das Spiel schon nicht mehr gespielt habe Aber das wollte ich euch nur mal ganz kurz sagen Mal wieder fortsetzen Und ganz einfach, wenn ihr was hört Neue News, neue Infos Dann schreibt die mir einfach unten in die Kommentare Das würde mir dann weiterhelfen Dann mache ich rucki zucki im Video, dass ihr Bescheid wisst Und ja, mit den Worten möchte ich mich verabschieden Ich will jetzt noch ein Video machen Für ein neues Lkwchen Ein neuer Mod, den ich euch vorstelle Das wird wahrscheinlich dann erst am Freitag kommen Aber Leute, die mich in der Steam-Liste haben Und dann einen neuen Lkw Sehen in meinen Bildern Die wissen dann, eventuell könnte es der Lkw sein Mit den Worten möchte ich mich verabschieden Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video Mit den paar News Und ja, haut rein Bis zum nächsten Video Bye, bye Immer noch lächerlich